Also nochmal will ich das nicht mehr machen. Ah, da geht's raus. Aber hier ist noch ein Zelt. So, mal rumschauen. Boah, die Musik erinnert mich an irgendwas, an irgendwas Tolles. Aber ich weiß nicht mehr, an was. Ein Schwerzettel. Schreibt's doch mal in den Kommentaren. Was erinnert euch diese Musik? Wir reden. Illusionsmöcker. Hallo, hier ist das Attraktionszelt. Schnappt den bösen Kerr. Ihr braucht aber eine Punktekarte, um die Attraktion nutzen zu können. Hier, wir haben eine. Wollt ihr dann die Attraktion nutzen? Sie kostet 50,00. Ähm... Eine Erklärung, bitte. Natürlich. Ich würde euch auf eine illusionäre Plattform transportieren. Dort müsst ihr innerhalb des Zeitlimits möglichst oft den bösen Kerr mit der Maske erwischen. Aber passt auf, dass ihr nicht aus Versehen das junge Mädchen erwischt. Das gibt Punktabzug. Es können aber auch der böse Mann und die junge Frau auf demselben Feld stehen. Wenn ihr dann zuschlagt, bekommt ihr ebenfalls Minuspunkte. Das Spiel endet, wenn das Zeitlimit abgelaufen ist. Je öfter ihr den bösen Mann erwischt, habt, umso mehr Punkte bekommt ihr. Okay. Ähm, so. Worauf warten wir noch? Gut, dann macht euch bereit. Okay. Ach, ich muss Enter drücken, oder was? Nein. Nein. Nein, ich... Ah, müsste sind es wieder auf dem... Nein. Nein. Wow, auszusehen jetzt. Geil. Nein. Wieder auf beide auf demselben Feld. Nein. Oh, knapp. Okay. Ihr habt insgesamt 14 Punkte in diesem Spiel gesammelt. Dafür bekommt ihr einen Punkt. Was? Ich dachte, wir bekommen so viel, wie wir sammeln. Okay, dann schmecke ich hier links weiter. Hier ist noch ein Zelt. Ein Silberbachern erhalten. Eine Illusionsmerke wieder. Hallo. Hier ist das Attraktionszelt. Hol das Gold. Ihr braucht aber eine Punktekarte, um die Attraktion nutzen zu können. Hier, wir haben eine. Wollt ihr die... Wollt ihr dann die Attraktion nutzen? Sie kostet 50 Fila. Ähm... Eine Erklärung, bitte. Natürlich. Ich werde euch... Ich werde um euch eine Illusion eines kleinen Labyrinths zaubern. Ihr müsst innerhalb dieses Labyrinths alle Amulette aufsammeln, dann habt ihr gewonnen. Aber ihr müsst ein bisschen mehr ändern ausweichen, denn die soll ich fangen. Dann ist das Spiel vorbei und bekommt keine Punkte. Je höher eure gewählte Stufe, umso größer der Level und umso mehr Punkte bekommt ihr. Auf Stufe 1 gibt es 2 Punkte, auf Stufe 2 gibt es 5 Punkte und auf Stufe 3 gibt es 9 Punkte. Versucht mir doch mal Stufe 1. Worauf warten wir noch? Welche Stufe? Hm, 1. Gut, dann macht euch bereit. Oh, da ist einer. Nein! Entschuldigung, ey. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Nochmal. 1. Nein! Mist. Ich komme schon, ich will das schaffen. Gehen wir mal nach rechts lang. Ja, da ist keiner. So, schauen wir mal. Bisher sieht es gut aus. Aber man kann ja nie wissen. Ja. Oh, knapp. Nein! Jetzt hat uns der eine erwischt. Komm schon. So, schnell da rein. Das ist nämlich eine Todesfalle. Ja, lieber nicht hier lang. Da unten ist der Typ. Nein. Da unten ist noch ein Typ. Da oben sind es zwei. Das ist mir zu gefährlich. Nein! Nein! Mist. Komm schon, das werde ich doch wohl mal schaffen. Stufe 1. Nicht gut. Oh oh. Nein! Ich hätte gerade was weiterlaufen sollen. Das macht echt Spaß irgendwie. Auch wenn ich daran verliere. Ich frage mich, wie lange ich noch Geld habe. Nicht gut. Gar nicht gut. Von 3 eingesperrt. 805 Filar geht noch. Obwohl, vielleicht porten wir uns nochmal kurz zurück und leeren unseren... Äh... Oh, ja. Ist schon voll. Alles umwandeln. Das sind... 37.296 Filar. Geil. Wieder zurück. Komm schon. Stufe 1. Wow, Stufe 2 und 3 müssen ja dann erst schwierig sein. Okay. Nein. Hm. Mal hier schnell das zu holen. Oh, da kommt einer. Oh oh. Nein. Haut ab! Oh oh. Nein, geh doch da endlich rein. Nein. Nicht gut. Ah, die wollten wir eine Falle stellen. Oh, da ist auch einer. Habe ich jetzt alle? Nein, da ist noch eine. Ja, alle. Gratulationen. Dafür bekommt ihr zwei Punkte. So, und jetzt die... Äh... Stufe 2. Okay. Okay. So. Oh oh. Lasst mich in Ruhe! Nein. Oh oh. Nein. Oh oh, da ist auch einer. Nein. Nein. Lass mich doch in Ruhe. Nein. Knapp, knapp, knapp ist die Geschichte hier. Alter, hau ab. Nein. Wow, knapp, knapp, knapp. Nein. Ich dachte, ich hätte alle. Ich habe wohl irgendwo eines übersehen. So, zwei wieder. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein. Scheiße. Komm schon, Stufe 2. Oh oh. Oh oh. Oh oh. So, und Stufe... Nein! Mist. Ja, versuchen wir es wenigstens. Vielleicht schaffen wir es nochmal. Nein, schaffen wir es nicht. Ja, komm. Ich will die Stufe 2. Nein. Den Typen will ich nicht. Nein. Ich habe Kopf, ich komme noch vor ihm nach oben. Aber ich glaube, die rennen ein bisschen schneller wie ich. Kann das sein? Oder genauso schnell zumindest. Nein, schon wieder erwischt. Hm. Aber irgendeine Taktik oder so. Oder ich muss einfach besser aufpassen. Nein, von allen drei Seiten sind sie gekommen. Von links auch schon. So, versuchen wir nochmal links. Haut ab! Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Nein. So, Mist. Zwei. Nein! Scheiße, eingesperrt. Das ist natürlich blöd, wenn man dann nach oben rennt. Und ich weiß, dass da schon bereits eine ist. So, schnell die paar Sachen holen. Mist, jetzt bin ich reingerannt. Ich muss irgendwie ins obere Viertel, äh, in die obere Hälfte kommen. Dann habe ich es, glaube ich, einfacher. Weil die anderen irgendwie da und hier unten rumrennen. Mist. Hm, naja. Irgendwann schaffe ich das schon. Garantiert spiele ich schon eine ganze Folge an dieser einen Attraktion. So, jetzt will ich ein bisschen nach links. Von den Typen weg. Hau ab da! Ich will mir das Teil holen! Oh, der hat mich jetzt erschreckt. Oh, da ist auch einer. Nein. Nein, was soll ich jetzt machen? Scheiße. Ah, Mist, Mist, Mist. Oh, oh. Nein. Die legen mich immer wieder rein. Also, der wird echt reich mit uns. Vor allem, das ist ja erst die zweite Stufe. Oh, oh. Alle drei sind es da. Lass mich doch mal hier in Ruhe. Nein. Ich habe Kopf, ich schaffe es noch. Das ist echt blöd. Vielleicht schaffe ich es, wenn ich einfach... Nein. Zu gefährlich. Nein. So, Stufe zwei wieder. Hey, der Typ hier ist weg. So, also, eine Hälfte hat... Hätten wir dann jetzt dann schon mal? Nein. 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 Ja, geschafft! Gratulation. Dafür bekommt ihr fünf Punkte. Kann es sein, dass mein Mikro-Pässel runtergefallen ist? Egal. Ähm. Illusions-Magie. Hallo. Ach, haben wir ja auch schon alles. Ich muss es Ihnen nicht vorlesen. Ähm. Stufe drei. Wasser. Ich werde da rein. So. Oh, da sind zwei. Das ist mir zu gefährlich. Okay. Okay. Das hier finde ich übersichtlicher. Also besser. So, dann habe ich hier schon mal alles. Komm schon. Ja. Nein. Nein. Mist. Knapp. Aber das hier finde ich einfacher wie das Zweier. Ich glaube, da würde ich auch gar nicht so lange, so oft brauchen dafür. So viele Versuche. So. So. sag mal links schon alles nein 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 das sind alle glaube ich nicht gut nicht gut nein was soll ich jetzt machen nein